Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer Runde The Fifth Day, zu einer neuen. Und ich wollte heute mal hier gucken, äh, Luck, ja. Man kann ja hier mal Skills verteilen am Anfang, ne. Ähm, und das Luck, das werde ich jetzt mal rausnehmen, weil dafür kriegt man immer rarere Items, also, ne, immer seltenere Items. Und das finde ich jetzt nicht so, äh, gut gerade, weil ich will natürlich simple Items, die scheiß, äh, 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 circuit boards finden, ne. So, und der Jump, was ist das denn? Jump Power Effect, the rate at which energy can be transferred from the engine to the locomotion power module. Da packe ich mal einen rein, also damit müsste die Energie schneller darüber fließen. Was ist das hier? Ähm, okay, oder nehme ich das auch nochmal. Weil das verringert die Energieverlust, wenn ich das in andere Sachen transferiere, wie zum Beispiel das Jump Pack. Da nennt ich das jetzt einfach mal, ne? So, ich lade mal rein. Vorher mache ich nochmal Kur, obwohl, ne, ich lade erstmal rein. Weil ich werde ja erstmal Steam ausmachen, damit, wenn mir jemand schreibt, das nicht wieder so doof hier blinkt, ne? So, erstmal einen Schluck hier Cherry Coke, ja? Also das ist kein Product Placement, ich liebe dieses Zeug. Was ist jetzt hier? Ah, okay, er hat reingeladen, sehr gut. Suterle, okay. Da ich ja wieder reingeladen habe, ist alles wieder hier. Leute, hier so, weißt du, zwei Rare Pistolen, nachdem ich Lack weggemacht habe, ist klar, ne? Dann haben wir hier, guck mal, hier haben wir nochmal Capacitators. Also ich kann richtig viel Energie jetzt speichern, hör mal. Und ich hätte gerne aber wieder meinen, super, ich gucke da oben in die Ecke nur noch, wenn ich suche, dieses Teil, genau. Ich spare mal Energie, ist ja keiner in der Nähe, vielleicht finde ich ja hier noch was. Aber ich verbrauche auch viel, weil ich mittlerweile schon anderthalb Tonnen wiege, ne? So, hier gucken wir mal. Hier drauf liegt schon zwischendurch mal was. Da ist aber nix. Da auch nicht. So. Das hier aber auch so eine Kante ist, wo man springen muss, ne? Ich kriege auch die Krätze. Da liegt sie ja da drunter. Warte, was ist das hier? Weder nur ein Geigerzähler, noch ein Geigerzähler. Ja, ey, schöne Geigerzähler habt ihr. Und ein Circuitboard. Ja! So, okay, jetzt muss ich nur noch nach Hause, ja? Ja, denn da will ich natürlich das awesome Ding in aufbauen, ne? Und wenn ich jetzt eh nach Hause gehe, oh, hä? ID habe ich doch geklickt. Dann kann ich den Harvest dann auch direkt mal sagen, die sollen mehr Concrete holen. Und der soll aktivieren und mehr Eisen holen. Habe ich die jetzt gerade aktiviert? Eigentlich ja. Weil, ne, ich bin ja gleich zu Hause, wenn ich hier so weiterlaufe. Aber ich spare jetzt mal Energie. Sonst, äh, ne? Spring ich, äh, sonst laufe ich nachher hier Gefahr, dass ich nicht abhauen kann, wenn irgendwas in der Nähe ist, irgendwas Böses. So, wie laufe ich denn am besten? Ich glaube, ich laufe hier außen in den Wald. Obwohl, ne, hier ist, lol, da ist doch mein Zuhause. Ich brauche doch gar nicht da lang. Habe ich doch vorhin gesehen. Hier sind doch die Türme. Äh, ist gar nicht so weit. Schadala. Und ich muss damit so Energie sparen, weil sonst komme ich gar nicht auf mein scheiß Dach raufgehüpft, ne? Das ist nicht gut. So. Noch einen Schluck. Lippen abgewischt und dann kann es auch weitergehen hier. Komm, 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 komm. Lauf. Weißt du, dass der Opa auch so... Ne, gut, der hat anderthalb Tonnen fast dabei, ne? Kannst eigentlich nichts sagen. Dafür ist das in Ordnung. Aber, äh, guck mal, da ist der Harvestor. Da fliegt er gerade hin. Und eigentlich müsste da doch mein Haus so drauf sein, ne? Ja. Egal. Ich spare auf jeden Fall Energie. Lauf deshalb so langsam hier. Schau mich mal so ein bisschen um. Guck mal, die drehen sich sogar noch. Kann ich die nicht anzapfen? Für Energie so? Das wäre geil. Wenn man die noch anzapfen könnte, die Dinge. Oder selber bauen. Wäre da episch. Also ich habe auch schon gesehen, hier gibt es auch so Solarpanels. Die kann man mitnehmen. Aber die sind natürlich leider so ein bisschen schwer so, um die zu tragen. Also da müsste man schon irgendwo in der Nähe das aufbauen. Dann haben wir hier nix. Okay. 1000 Kilojoule. Wenn ich stehen bleibe, geht da richtig ab. Ja gut. Da kann ich ja auch gleich stehen bleiben, wenn ich da hochspringen will. Und dann schaffe ich das auch. So. Und ich mache mal eben meinen Stuhl so ein bisschen runter. Damit ich da in der Chem, ne, hier, nicht so angeschnitten bin. Okay. Lauf, 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 Kollege. So. Da sind die Türme. Hier muss irgendwo mein Haus sein. Außer, es gibt jetzt noch so andere Türme. Und dann bin ich voll genatzt worden. Ja, ich glaube fast, es ist so, oder? Oder kann ich es nur noch nicht sehen, weil es hier so niedrig ist. Da war es schon wieder, dieses Geräusch. Ah, da ist es. So, geht jetzt schneller mit dem Sprung darüber bringen. Die Energie zum Sprung. Nee, also irgendwie sieht das hart nicht so aus. Aber ist jetzt auch egal. 2 Prozent. Ich mache mal 10, um sicher zu gehen. Dauert jetzt ein bisschen. Und in der Zeit könnte ich ja eigentlich noch hier mal alles absuchen. Ob hier noch irgendwas ist. So, weil Viecher sind hier gerade nicht. So, liegt hier noch was? Noch ein Capacitator. Alter. Die sind da wirklich verdammt schwer auch. Anderthalb Tonnen. Ich habe jetzt schon ziemlich viele bei. Und das ist, glaube ich, ein bisschen unnötig. Boah, und die Energie, die geht ja wohl sowas von lahmarschig darüber. Soldaten, ey. Oder geht das nur nicht, weil ich dabei renne? Das kann natürlich auch sein. Dann höre ich mal auf zu rennen. Bleib hier mal stehen. Das kann nicht sein. Das hat so lange gedauert. Das Aufladen da. 2 Prozent. Immer noch. Warum wird es nicht mehr? Vielleicht, weil ich zwischendurch gerannt bin. Oh, lol. Ich glaube, es ist mehr geworden. Er hat es noch nicht angezeigt. Das ist vielleicht verbuggt, die Anzeige. Ich halte noch mal. Jetzt zeigt er sie nämlich gar nicht mehr an. Ach so, weil ich auch keine Energie habe. Fuck, ey. Dass das Ding mich nicht aufladen kann da. Das wäre schön. Aber wieso zeigt er mir das denn jetzt nicht an? Ich speichere nochmal kurz. Geh mal raus. Und lade wieder rein. Vielleicht zeigt er mir das ja dann an. Wäre natürlich schön. Ne? Komm, mach. Mach jetzt. Danke. So, 100. Vielleicht brauche ich auch erst eine gewisse Grundenergie, damit das überhaupt anfängt. So, sich aufzuladen. Ich hole mal das Teil raus, weil mir Schwandböse ist. Ich glaube, ich habe da gerade irgendwas gehört. Okay, vielleicht auch nicht. So, gut. Ich habe ja nochmal reingeladen. Kann ich ja nochmal eben hier mich umschauen. Aber ich darf natürlich dabei nicht rennen. Das war der Fehler, den ich gerade gemacht habe. So, hier liegt nichts. Da liegt irgendwas. Pistole. Die fehlt immer nochmal auf. Da fehlt die Rare sein soll, ey. So, nochmal hier herein. Hier noch was. Noch so ein Teil nehme ich jetzt nicht mit. So ein Capacitator. Ich verstehe das gerade nicht. Also, warum der das so blöd hier macht. Der das gar nicht mehr anzeigt, die Prozente oben. Weil das kann ja nicht sein. Ich habe ja 500. Ist noch ein Capacitator. Was ist das hier? Eine Schrotflinte. Eine Schrotflinte habe ich. So, noch ein bisschen mehr Gewicht. Da haben wir ja hier noch so. Guck mal, hier kann ich auch noch rein. Weißt du, ich habe hier direkt das Lootparadies vor der Tür. Und laufe so weit, ne? Also, ein bisschen Panne. Oh, jetzt hat er 1%. Geil. Oder kostet 1% 500. War das so? Das wäre aber schon krass, wenn das so teuer wäre. Das fände ich irgendwie nicht so cool. So. Bob, boh, 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 boh. So, ich versuche es mal. Oh, geschafft, jawohl. Äh. So, das ist doch schön. Was kann ich denn hier jetzt mal ablegen? Weil hier habe ich schon ganz viel Munition. Guck mal, und da ist jetzt auch direkt so ein Ficker, ey. So, Munition. Shotgun Magazine. Die droppen wir doch erstmal alle. So. Die droppen wir auch alle. Jetzt habe ich hier so voll viele Kisten bald liegen mit Munition drin, Alter. Ähm. Obwohl, die brauche ich gar nicht droppen. Was wiegen die denn hier? So, guck mal, elf Stück habe ich. Aber gut, jetzt, wo ich hier bin, recke ich ja auch. Standard High Capacity Magazine. Okay. Oh. Ne, einzeln wollte ich die jetzt nicht hierhin droppen. Achso, die droppt man so. Ah, okay. Dann sammle ich die doch mal hier in der Ecke. Wenn man die denn so einzeln droppt. Äh. So. Droppt direkt zwei Stück. Weg damit. Ah, ey. Das war jetzt aber auch Nerven aufreiben, ne? Vielleicht kann ich das ja hier drauf bauen, das Geschütz. Und dann, äh, ne, so mache ich das natürlich nicht. Ich gucke jetzt erstmal hier Concrete. Ich werde jetzt hier erstmal noch eine Etage drauf bauen. Und dann das Geschütz oben drauf bauen. Ne? Das ist, glaube ich, die beste Alternative. Hör mal. Und ich nehme jetzt nur 14 Tonnen mit. Weil sonst recke ich nicht genug. Und ich hole jetzt schon mal erstmal hier das Ding raus. So. Concrete Blast Wall hatte ich ja hier hingebaut. Ne, nur vom Feinsten hier alles. Nur die dicksten Wände kommen bei mir rein. So. Hallo. Danke. Zu. Okay. Dann brauche ich jetzt noch hier den Concrete Beam. Ach, Concrete Stairs gibt es auch. Ach ja, die habe ich, habe ich die da unten eingebaut? Oder sind das, ja, das sind schon Concrete Stairs. Ich hatte irgendwie gedacht, das wären diese Brick Stairs gewesen. So. Okay. Hier oben alles dicht machen. Ne? Ihr kennt die Problematik mittlerweile. Dass die hier durchschießen. Hoffentlich gibt es endlich auch später noch Sniper-Botsen. Weil es ist ja noch hart in der Alpha, das Spiel. Und ich fände gut, wenn ich dieses Rauschen auf dem Bildschirm ausschalten könnte. Weil das nervt mich so ein bisschen. So. Das haben wir alles zu. Jetzt mache ich hier noch eine Treppe hin. Von hier oben. Hier mache ich dann jetzt erstmal ein Concrete Floor. Das mache ich aber von hier unten. So. Jetzt muss ich erstmal noch ein bisschen Concrete nachlegen. So. Eine Kiste alle. Schon wieder. Ne? So. Ich nehme nicht ganz so viel mit, damit ich mich auch noch ein bisschen bewegen kann. Äh. Concrete Floor. Na komm, mach. Floor. Den habe ich aber gerade etwas hastig platziert, ne? Ich kann es nur nochmal sagen. Vorsichtig beim Platzieren. Deshalb speichere ich jetzt auch an dieser Stelle mal. Wenn ich jetzt etwas falsch platziere, dann lade ich einfach neu. Und dann ist das Problem auch schon erledigt, ne? So. Weil zwischendurch verspringen die halt. Wie gesagt, so kurz bevor man sie platziert, dann nochmal. So. Dann kommt hier noch einer hin. So. Hier oben brauche ich jetzt nicht so geile Sachen. Hier mache ich jetzt eine Brickwall, weil das ist nur mein Ausgang. Aber auch das mache ich natürlich ein bisschen zu. Hallo? Ich wollte direkt hier runterlaufen, aber ging natürlich nicht. So. Jetzt klicke ich hier wieder sechsmal, dann habe ich wieder nichts mehr, ne? Habe ich gerade aus dem linken genommen. Egal. Ich nehme erstmal nicht so viel mit. Komm, lauf, Kollege Bratwurst. Lauf! So, dahin. Oh, da unten war gerade einer. Ich weiß nicht, ob der von da auf mich schießen kann. So. Ähm. Eine Tür. Die mache ich aber aus Metall. Da muss hier noch eine Wand hin. Ach, der hätte eigentlich auch noch einen Boden hingekonnt, einer. Egal. Da, siehst du, jetzt schießen die nämlich schon auf mich, die Wichser. So sieht es aus. Da muss man echt richtig vorsichtig sein. So, Betondecke. Jetzt habe ich wieder nichts. Von wo schießen die denn? Wenn man aber auch so viele scheiß Gegenstände dabei hat, ne? Hm. Ach, hier von unter mir wahrscheinlich Detonator. Detonator. Aber auf was haben die geschossen? Weil hier ist gar kein Hunter in der Nähe. Auch nur. Ähm. Okay. Ich habe ja gerade neu geladen. Meine Harvester. Die müsste ich mal aktivieren und Concrete sammeln lassen gehen. Aktivieren und Eisenerz sammeln lassen gehen. Ich will ja beides haben, ne? Wo ist denn hier ein Hunter? Ach, von da hinten schießt der auf mich? Das wäre aber krass. So 4000 Kilo. Jetzt brauche ich mal wieder da Band 2. Ist der irgendwie hier oben drauf oder was? Aber wo drauf schießt der? Der schießt wahrscheinlich auf mich, aber ist der in der Halle unter mir oder so? Nein. Ich lade mal kurz. Mal gucken, wo ich da war. An welcher Stelle, ne? Also. Sorry. Weil wenn das passiert, dann reg ich mich voll auf. Und ich weiß noch nicht, wie man die wegkriegt. Ich habe das aber auch noch nicht ausprobiert mit der Axt. Äh. Aber was habe ich denn hier? Lol. Jetzt habe ich erst das. Scheiße. Sorry. Tut mir leid. Ich habe gedacht, ich hätte später gespeichert. So. Buch Teil 2. Äh. Ne. Das nicht. So. Guck mal. Das Gegrüßelte ist weg. Ist das nicht cool? Wie ruhig das auf einmal ist. So. Von der Optik keller spielen. Krass, ne? So. Da einer hin. Hier einer hin. Dann kann ich auch direkt, wo ich gerade falsch gebaut habe, das ausgleichen. Kann ich noch eine bauen? Eine noch, ja. Und hier noch eine Treppe hin. Äh. Noch eine Wand hin machen. So. Äh. Eine Decke. Eine Betondecke. Damit halt da oben nicht so ein langgezogener Pistbau wird, ne? So. Diese Etage ist zum Wohnen gedacht. Ne? Wenn man denn mal Möbel bauen kann, dann kann ich hier auch mal wohnen. Ähm. Und jetzt baue ich hier wieder diese Brick Walls. So. Hier möchte ich gerne mal ein Fenster hin haben, da ich hier mal so rausgucken kann. Noch eine Brick Wall. Da eine hin. Da eine hin. Und jetzt muss ich noch ein neues holen. So. Und ich muss nochmal die Harvester losschicken. Habe ich ja vergessen, ne? Äh. Iron Ore. Activate. Get Concrete. Concrete. So. Zack. Oh. Ne. Da wollte ich gar nicht rein. Hallo? Ah. So kann ich da doch schneller auswählen über das Menü. Ah. Kann ich irgendwie... Ne. Mittlere Maus, das zu gedrückt hat, bringt auch nichts. Das gleiche wie zoomen. Ähm. Okay. Dann nehmen wir doch mal hier weiter diese Dinger. Ach. Jetzt habe ich... Habe ich jetzt gar nichts aufgehoben? Ja, lol. Das war jetzt schlau. Ah. Los. Mehr. Okay. Sechs Tonnen dabei. Oh. Die habe ich gerade hingeschmissen. Lol. Das wollte ich doch gar nicht. Weil die, die spawnt bestimmt, wenn ich die jetzt hier hinschmeiße. Äh. So. Hier noch eine Wand hin. Zack. Jetzt krisselt es sich wieder so. Seht ihr das? Das ist komisch, dieser Effekt. Äh. Hier eine hin. Da eine hin. So. Diesmal richtig. Da eine hin. Und jetzt brauche ich noch eine Stahltür. Äh. Die hätte ich da gerne. Ach so. Und ich kann noch Concrete setzen. Die Decken. Ne. Ich wollte hier draufklicken. Manchmal ist das echt komisch. So. Concrete Floor. Davon habe ich auch nicht genug. Toll, ey. Davon brauche ich noch zwei. So. Und was ist hier? Hier müsste noch Eisen drin sein. So. Dann nehme ich mal acht von mit. Das müsste eigentlich auch reichen. So. Renn hoch, Kollege Bratwurst. Äh. Hier machen wir noch einen Concrete Floor hin. So. Soll ja schön zu sein. Und jetzt knallen wir hier noch. Ne. Nicht sowas. Hallo? Ich habe doch gerade Eisenerz mitgenommen, oder? Oder was war das hier? So. Muss ja wohl. Jetzt habe ich das ja wohl, oder? Ja. Ich habe doch gerade schon da draufgeklickt. Das verstehe ich nicht. Egal. Äh. Die Tür. Hier rein. So. Und was brauche ich denn jetzt noch? Für. Das Geschütz. Acht. Äh. Vier Eisenerz brauche ich noch. Und dann kann ich dann. Stelle ich das jetzt auf. Das wird so awesome. Das wird so awesome. Hoffentlich haut das auch richtig rein. Das Ding. Oder. Das wird natürlich auch noch eine geile Idee wäre. Ich mache. Äh. Erstmal die Tür auf. Das hier so drauf. Das ich da so außen drauf kann. Das ist noch geiler eigentlich. So. Ich will noch einen Floor. So. Jetzt mal vorsichtig gucken, ob hier draußen irgendeiner ist. Ich will natürlich jetzt nicht da erschossen werden. Und wie ich das Geschütz aufbaue, ne. Das sehe ich in der nächsten Folge. Also. Lasst ein Abo da. Lasst ein Like da. Und ansonsten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.